Es ist relativ viel, es wird relativ viel geredet in dem Spiel und es ist derzeit nur auf Englisch und ich glaube es bleibt auch auf Englisch, aber ich habe da jetzt schon Untertitel eingeschaltet, ich werde nicht alles vorlesen, weil sonst bin ich permanent beim Reden und das glaube ich, wollt ihr und eure Ohren nicht, auch wenn wir heute Grusel Stream haben, will eigentlich das nicht andern. Und ich würde sagen, wir starten direkt einfach mit dem ersten Spiel, ich bin gespannt. Don't make your living selling other people's books when you're trying to write your own. It seems brilliant at first. Immerse yourself in your craft, get a sense for what's popular, gather moments of inspiration from the unassuming corners of the world. But immersing yourself in anything, eventually takes its toll. Oh, okay. Ich habe mir das Intro da vorne ganz angeschaut. Shit. You'd think a recurring nightmare would eventually get less. I don't know, nightmarish. I need to take a break. Get out of this room for a bit. Ich gebe den Stift auf links klick für schnelle Handlung, okay. Ich klicke mit der rechten Maus, dass der auf ein Objekt weitere Handlung. Bitte die Hand, alle klar. Öffne das immer da. Finieren, okay. Klicke um zu benutzen. Und das hat mir so gefallen. Also wie gesagt, ich habe nur ganz kurz einigeschaut in dem Game. Und das hat mir aber, ja, wie gesagt, das hat mir irgendwie gefallen. Mal schauen, was uns da jetzt noch erwartet. Ich bin echt gespannt. Schon wieder der gleiche Alptraum. Ich sollte einen Spaziergang machen, um den Kopf frei zu bekommen. Ja, das mal. Aber, ich will da vorher ein bisschen schauen, was ist da alles drinnen. Ich möchte ganz kurz, ob es Junge ist. Ich weiß nicht, ob es da Musik gibt. Keine Ahnung. Sagen wir mal. Ähm, fortsetzen, ja. Ja, es ist schon Musik. Manuskript. Okay, das. Manuskript. Manuskript. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch was. Okay. Okay. Ach, okay. Loop. My unpublished manuscript, featuring my bewildered face on the back. Ah, okay. Ah, da gibt es Loop, man. Ähm. Und Hand, also Interaktion, vermied ich mal. I can't imagine, plants last long in here. I can't imagine, plants last long in here. Okay, mir da. Oh. Okay. Zimmer-Service-Schild. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen mal alles, alles, nehmen wir mal. Alles. Ganz Raum. Okay, wach auf. Okay, dann sag ich mal das Gleiche. Er hat nicht so viel Selbstvertrauen, könnte man fahren. Er hat nicht viel Selbstvertrauen. Würde ich fast behaupten. Also. Okay. Kann er sonst noch was? Bücher? Also er ist auf dem Verkaufstrip und will seine Bücher da verkaufen. Was noch mal? Können wir da sonst noch was an? Wo haben wir? Wo haben wir? Wo haben wir? Wo haben wir? Wider? Small-Town-Hotel-Art at its ugliest. Weislich. Okay. Er ist leicht zu begeistern. Er ist sehr, sehr leicht zu begeistern. Bett. Oh, okay. Meine Nerven sind zu stark, um zu schlafen. Okay. Es ist ein Do-Not-Disturb-Sign an der Tür. Okay. Do-Not-Disturb-Sign. Das haben wir gemacht. Aschenbacher, glaube ich, haben wir gemacht, oder? Mehr am Boden. Okay. Und? Ich glaube, ich habe diese Sicht auf meinem Weg in eine Stadt. Okay. Okay, passt. Jetzt sind wir aber da. Sorry, Leute. Das war jetzt echt... Zumindest weiß ich jetzt, dass das mit dem Twitch-Studio-Beta noch nie so funktioniert, dass man das für den Streamen hernehmen soll. Das weiß ich jetzt auch. Wollt ihr halt probieren? Wollt ihr halt probieren, aber komm mal. Weiß ich das jetzt auch. Gut. Sitzen. Judging by the state of my room, I don't want to see this one. Okay. Healthierer than the one in my room, I'll give it that much. Sorry, ich muss es jetzt auch einfach nochmal machen, weil ich habe jetzt keine Ahnung, was da eigentlich... Ich hoffe, mein Ton passt so, schuldig bitte melden. Also. Okay, können wir jetzt da eigentlich... Ich will da reingehen. Hm, somebody might be in there. Ja, wissen wir doch nicht, wenn wir da nicht... Ich will doch... Okay, da können wir nichts machen. Schau. Healthier than the one in my room, I'll give it that much. Okay. Okay. Okay, gehen wir in die Eingangshalle. Schauen wir mal. Kloset. Ich schaue halt einfach die Charaktere so witzig aus. Ich finde die halt einfach richtig, richtig cool. Little touches like this help distract from all the stains. Well, if it isn't the traveling writer. Welcome to Villa Ventana. Have we met? Oh no, but I saw your suitcase full of books burst open on your way into the hotel. And since it sounds like you are indeed a writer, you simply must meet Oswaldo. Who's Oswaldo? Oh, a most charming and riveting storyteller. The life of every party he attends. In fact, he lives just a few doors down from here. Uh, thanks miss. I'll drop by. Do tell him, Gladys says hello. Woher kannst du dann? Where are you visiting from? Oh, about five blocks, give or take. You live here? Okay. Why are you staying in a hotel? Young man, vacationing is about mindset, not distance. You've traveled much farther than me to be here. But are you on vacation? Good point. Cool. Also, I'll just take the next hotel from my neighbors or something. Also, take five kilometers to the hotel and take a vacation. Why not? And you have to support local companies. You're looking elegant. Maybe too elegant for a place like this. Oh, I know, dear. Sadly, this filthy excuse for a hotel happens to be the only one for miles. Give it a rest, Gladys. I'll give it a rest, when you learn how to brew a halfway decent cup of tea. Crazy old man. You love me. Okay. Sie verständen sich also gut. Ich verstehe. Ähm, warum haben sie... Okay. Take care. Wo ist eigentlich? Okay. Not my bags. They're much too nice. Locked. Okay. Er ist schon ein bisschen pessimistisch. Oder? Vielleicht bin ich das? Er ist schon... ein bisschen so kleiner Pessimist. Wenn es um seine Sachen geht. Bild, Mark. Geschäftsführer. Ah, ah. Uh, hello. Hm? I know you. Harvey Green, room 3. Um, do you have a map of town I can borrow? Hm. That's odd. People don't usually ask for maps? You're not in the book. Maybe the morning guy forgot to add me when I checked in. Yeah, maybe. So, map? I'm the stand behind you. Stand's empty. Well then, guess I'm out of maps. Guess so. Thanks. No problem. Should. Good. That's no use to me. I'm not sure what I'm looking for. Looks like keys for each room. Looks like keys for each room. I'm not talking to that. I'm not talking to that. The Leonard Bakker Award for exemplary hospitality. Who's Leonard Bakker? I am. Now cram it. Okay. Okay. Their hospitality awards this guy made for himself. Town maps. Don't see any maps though. Okay. It's propped up against an old hitching post. Good. Then we'll find out the city. Um. What can I do? Okay. Music is there. I haven't heard any trains so far. I wonder if this is abandoned. Oh, hey there, little fella. Where are you off to? What the hell was that? What? Welcome to Villa Ventana, your window to a better life. Window? I feel like a door would be more helpful. Yeah, where are you off to? I haven't heard any trains so far. Where are you off to the door? Where are you off to the window? No way, I don't know what that creature was and I don't want to find out. I want to know where that creature was and I don't want to find out. I want to know where that creature was and I don't want to find out. Okay. Am Map oder so? Am Map oder so? Wir haben nur unser Inventar. Was sind da? Gibt's da am Map? Hotkeys? M. Startkarte. H. Hinweis. Okay, das ist unser noch Tipp. Ja. Was? Schon wieder der gleiche Alptraum, blablabla. Gerade meinte ich sollte Osvaldo besuchen. Kann ja nicht schaden. Ja, okay. Was war noch? M. Funktioniert nicht. I. Also I ist irgendwann da. Und was haben wir noch gehabt? H. Na. Na. Was an die anderen? Oder hat Chris? M. H. F. F. Ach, okay. Das zeigt uns an, ähm, was wir anklicken können. Alle klar. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Warte mal, warte mal. Oh. Okay, darf ich mal reingehen? H. 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 Okay. Das ist cool. Ich weiß mal wo. Irse mal wo. Irgendjana Berlin-Kränke oder sowas. Besser. Schauen wir mal, wo es da weiter geht. okay exercise extreme caution when crossing why i haven't seen a single car on the road don um get out of the road watch it buddy hey you're trying to get killed how is this happening every single time deja vu doesn't even begin to describe it get out of the road okay good was there a storm recently was there a storm okay okay it's extremely spannend also beim online new radio drama i haven't heard of this one wait what hey who's in there how do you know my name oswaldo this isn't funny i'm going inside hello this looks abandoned or worse wait a second so who's listening to the radio and where is the radio the wall is covered in newspaper clippings pictures and scribbles but why is there a crossword puzzle in the middle here okay and what are these paper scraps stuck around it okay oh this is to solve it okay oh fuck i'm not in this thing at all i'm not in this thing at all but it seems to be a puzzle right and this is okay okay let's see okay 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 Ich glaube doch da. Ähm. Was? Wie? Oh das ist die Mitte. Fah. Äh. Scheiße. Leute. Wie geht das? Warte mal. Es ist da oberen. Oh Gott, ich kann hier überall hinlegen. Um Gottes willen. Wie? So? Ach du Scheiße. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Nein, das ist jetzt nochmal weg. Es gibt fix ausgefüllte. Warte. Warte mal weg. Ähm. Rot. Echo. Trace. Friend. Harold. Harold. Okay, Harold. Closer. Haunted. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jan, wie soll denn das? Wir können uns nicht drehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt schon erlösen. Mal schauen, wo ist es wenn wir da nochmal hingehen. Es muss mehr zu sein, als nur eine Crossword. Ui. Ui. Okay. Okay. Ich denke, es ist broken. This place ist ein komplett mess. Und das sagt etwas von mir. Okay. Puh. Ich bin mir ehrlich. Es ist lockt. Warum? Was? Wer lockt ein Radio in ihrer Desk? Okay. Das ist raus. Ich bin sicher, dass es ein Ein-Way-Radio ist. Okay. Wir können nicht reden mit dem Ding. Der Radio ist in da. Es muss sein. Okay. Das ist mein braun Schlüssel. Did Oswaldo board up his own windows? Why? Did Oswaldo? Ja. Sehr gut, ich frage. Sehr gut. Ist da schon noch was? It's filthy. Just like everything else in here. Okay, das war's. Aber wir brauchen halt einfach ein Schlüssel. Vermutiert mal. Ah. Beistaltig. Vielleicht... It doesn't sound like the radio is in there. Ja, aber vielleicht ist da ein Schlüssel. I'm not sure what I'm looking for. Okay. Ich bin noch nicht ganz drauf gekommen für was die äh Interaktionen da gibt. Ganz ganz verstanden. Okay. Ah. Ich probier mal was. Vielleicht brech man auf. Okay. 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 Komm mal, mal bitte. Hallo? Oswaldo? Der dritte dritte war öffnet. Alles okay? Beside dem in deinem Haus? Tch! Der Radio ist irgendwo in dieser room. Keine 필요er Neufe zu spüren. Keine 필요er Neufe zu spüren. Was ist da? Oswaldo? Du bist da? Der Radio ist irgendwo in dieser room. Keine 필요er Neufe zu spüren. weiter. Scheiße, ich glaube, wir müssen das Rätsel zerschlüssen. Ach, es muss mehr zu sein, als nur eine Crossword. Lüttl? Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Das kann ja überall passen, oder? Es kann halt einfach überall passen. Pädel? Lewttl? Lüttl? Lüttl? Ich hoffe, Oswaldo hat das nicht gedacht, als eine Sorge von Inspiration. Es klingt nicht so, dass die Radio da drin ist. Es klingt nicht so, dass jemand da drin ist. Die Radio ist irgendwo in... Schönen... Die restlichen Lettern schreien Telltale-Heart. In der Geschichte, der Narrator schiebt ein Körper unter dem Boden. Ich hoffe, Oswaldo... Ich denke, es ist kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Dinge knackt. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Ja, das ist sehr cool. Ja, ja, ja. Oha. Ja, das ist sehr cool. Okay. Der wird doch nicht für den sein. Kann ich das jetzt automatisch? Okay, kann ich nicht. Gut. Nein, nicht die Schere. Okay. Entschuldigung. Stop. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Oswaldo. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Oswaldo. Ich weiß nicht, dass ich es nicht erlebt habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. in meinem Büchern. Kann ich... Slowly. Was ist alles auf der Wälder? Was hast du gemacht? Nichts! Ich weiß nicht, was das ist. Bullshit. Es ist wahr! Fuck. Der klappt uns halt nicht. Der klappt uns halt nicht. Ich meine, ich dachte mir selber nicht klar, wenn man schauen, wie der ausschaut, aber der klappt uns halt nicht. Ich bin in hier für nur ein paar Minuten. Ich bin in der Stadt mehr als ein Tag. Was auf der Wälder ist, muss es Wochenende dauern. Let's say, ich glaube dich. Warum bist du in hier? Okay, wir machen mal. Ich finde es echt ein bisschen creepier. Deskribe her. Older? Dressed like... ...she was at the Kentucky Derby? Das ist Gladys, all right. Mr. Green, do you have any knowledge of Oswaldo's current whereabouts? No, Sheriff. Dann habe ich ein missinger Person auf meine Hand. Okay. Listen to me. I don't know what the hell's going on in this room. I do know that if people caught wind, it'd cause a town-wide panic. So you and I are gonna make a deal. I let you walk straight back to your hotel, and you tell no one about what you saw. Say a word or skip town, and I personally escort you to a jail cell. Do we understand each other? Yes, Sheriff. Good. Now get out of here. Shit, shit. Breaking into a house? What was I thinking? Am I losing it? No, I swear I heard my name coming from in there. I didn't imagine it. I couldn't have. And even if I did, I couldn't have imagined all that other stuff I saw in there. I can't just sit in here and ignore it. For starters, this is the only interesting thing that's happened in months. Also, it's a interesting thing. First of all, we have our voices in the radio. And then there is the officer here, who let us just go. Weird, right? I said, it's a bit of a bit of a bit of a joke. It's a bit of a joke. I think it's a bit of a joke. And I want to find out why it doesn't work with the Twitch Studio. Because I have the same problems with the streamer. I have seen it. I have to find out. I need to find out. I will go back to my bank. I have about five minutes. I have a bit of a joke. I have no idea what that is like. I have a joke. I have a joke. I have a joke. I don't understand what that is like. Ich muss den Stream auch erst krellen, dass er flüssig läuft, das ist mir schon klar. Aber warum das dann bei mir am Handy über 4G nicht geht, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Geht nur über WLAN. Aber das kann halt anders. Das kann halt was anderes liegen. Ach komm, wir beim Twitch-Studio. Ja, ist ja wurscht. Scheiß drauf. Immer weiter. Okay, wir sind jetzt wieder daheim. Aber... Warum? Warum sind wir wieder daheim? Können wir uns nirgeln? Okay. Es scheint es notwendig, dass ich in einem Raum bleiben, wie ich bin. Ja, okay, das ist alles gleich. Okay, das ist alles noch gleich. Dann... Also ich glaube, wir müssen jetzt wieder raus, einfach. Es hat sich da auch nichts verändert so weit. Es hat sich nicht so weit... Äh, nichts wirklich verändert. Mit ihr konnten wir reden, vielleicht weiß ich, wo Oswald ist. Ich habe eine Kreatur im Wald gesehen. Oh, mehr oder weniger. Woher sind sie eingeladen? Warum sind sie so schick? Ich war bei Oswald. Ich habe eine Kreatur im Wald gesehen. Ich habe eine Kreatur im Wald gesehen. Ich habe eine Kreatur im Wald gesehen. Du hast eine Idee, was das war? Oh, wir sehen uns den occasionalen Raccoon oder Skunk. Das war größer als ein Skunk. Es hat einen Rappet und rief. Ah, ein Bobcat, dann. Es ist schwer, dass sie so schickern. Okay, wenn du das sagst. Ich weiß nicht ganz ob sie... Ich weiß nicht ganz ob sie uns da jetzt so richtig versteht. Ach verdammt. Oh, wir sehen uns die occasion. Ah, ein Bobcat. Entschuldigung, entschuldigung. Ich habe das falsch gekriegt. Entschuldigung. Ich bin auf Oswaldos Haus. Oh, herrlich, liebe. Wie ist er? Er ist... Er war... Entschuldigung. Ihr Kreative-Type sind immer wieder weg, zu machen. Hallo. Grüße Gott, grüße Gott. Freut mich. Ähm... Okay, ich war nicht dabei. Wir haben ja jetzt aber nicht vorhin erzählt, dass da irgendwie ein bisschen Graues war. Das haben wir jetzt... Eigentlich nie gesagt. Naja. Er scheint nicht zu kümmern zu sprechen. Das stimmt, Paul. Das stimmt. Schauen wir weiter. Ja. Ich würde jetzt fast sagen, wir gehen jetzt da nochmal. Wir gehen nochmal in die Richtung. Dankeschön. LR95. Dankeschön. Freut mich, dass du da bist. Cool. Ewig schon nichts mehr gehört. Alles klar bei dir? Zack. Alles klar. Es ist ewig lang her. Es ist schon ein Jahr her. Hä? Ähm... Was? 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 Was?